Der Erfinder von Philly hätte man sein sollen, oder? Damit hätte man jetzt viele, viele Millionen mit quietschbunten Pferdchen verdient, die so hässlich sind, dass man sie eigentlich nur im Dunkeln betrachten sollte. Aber sie haben Swarovski-Kristalle, das ist das Wichtigste. Wenn man das nicht ist, dann ist die nächstbeste Idee, es einfach nachzumachen. Wie zum Beispiel Ponyland Surprise. Ein 3D-Pony und Sticker und Candy. Nein, Ponys zu Collect. Weil, naja. Es ist sweet and fun. Und es ist total hässlich. Und das Pony sieht aus, als ob der Kopf irgendwie in den Heißmangel gekommen wäre. Und nur ist es platt und verdreht. Ob die dann auch so aussehen, wer weiß. Da drin sind die üblichen Traubenzucker-Dinger und halt ein Pony in einem hässlichen gelben Häuschen. Habe ich, glaube ich, bei Kick gefunden. Sonst noch nirgendwo gesehen. Wir wollen doch mal schauen, wie gut der Absatz wirklich ist. Leider darf ich ja immer noch keine Philly-Videos machen. Denn jedes Mal, wenn ich es versuche, wird es abgewiesen mit Copyright-Verstößen. Naja. Oh, okay. Man hat es gar nicht erst versucht. Sie sehen gar nicht mal so ansatzweise danach aus. Sie sind sehr klein. Und, naja. Es geht sogar. Es geht sogar. Ich will gar nicht mal so böse darüber urteilen. Sie sind zwar hässlich. Und sie sind bunt. Und sie sind doof. Aber es geht sogar. Hm. Das ist ja irgendwie ziemlich schade. Was ist das? Ist das das Seil, mit dem man das Pony aufknüpfen soll? Und es erhängen soll, weil es nicht ein echtes Philly-Swarowski-Kristall-Gedöns-Pony ist? Wäre zum Beispiel eine Idee. Sieht mir aber aus wie ein schnöner Schlüsselanhänger. Schade. Und diese Aufkleber soll man... Oh, das ist ein Blue Boy. Nur echt mit dem Maiskolben. Und der Moorröbe. Achso. Da soll man wahrscheinlich das Häuschen mit dekorieren. Und das ist wahrscheinlich das Anhängsel-Gedöns hier. Naja. Äh. Eher nicht. Collect them all, schreit es mich an. Fortune sieht ja interessant aus. Sehr, sehr rot. Und Sunny. Und Gloria. Und whatever. Ja. Das ist irgendwie genau das, was ich erwartet hatte. Aber nicht ganz. Denn es sieht halt nicht ganz so dreist kopiert aus, wie auf der Verpackung. Er sieht wirklich... Das Logo ist wirklich frech. Aber alles andere ist eigentlich ziemlich harmlos. Gar nicht so richtig Teuchina-mäßig, wie gehofft. Schade. Schmecken wenigstens die Süßigkeiten nicht. Sie sehen furchtbar aus, um ehrlich zu sein. Sehr hart, wahrscheinlich. Oh. Meine Zähne. Ach, du lieber Gott. Nee. Furchtbar. Wir haben noch eins. Natürlich. Aber wahrscheinlich sieht es genauso aus. Mit dem Blut, was ich in letzter Zeit habe, ist es wahrscheinlich dasselbe. Nein. Oh. Oh. Spitzenmäßig. Oh wow. Hier sieht man mal richtig das schlechte Design. Aber vielmehr die schlechte Bemalung. Das sieht aus, als ob jemand nach dem Bemalen schnell mit den Fingern draufgegangen ist. Man soll es auch nicht sonderlich viel Sorgfalt hat walten lassen. Denn das hier ist ein ziemlich bunt geschecktes Pony. Hm. Mit Kratzern drauf. Teilweise unbemalt. Nicht schön. Was soll es denn darstellen? Hörer. Was soll es gleich nachgucken können. Es ist Ariana. Hm. Naja. So einigermaßen. Gut Ariana und Blue Boy. So viel zu diesem Philly Fake. So kann man es nennen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.